also auch für dich zu mitschreiben ja strategie ist den typen platt machen okay finde ich gut also strategie ist wie folgt wir besiegen den jetzt ja und erwarte mal erst mal möchte ich sagen hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play steht auf meiner zweiten besetzung von den fans haben wir ganz vergessen jetzt hier an der aufnahme ist ein killbild mit dabei mary mit dabei und hier ist das sieht aus wie der kennst du dann ich ein keeper das ursprüngliche dann schon kippe von mordes von peter molyne doch ich glaube und da sah der der eine typische da vom kopf so aus wie der ofen oder was das ist also strategie ist jetzt wie folgt wir bombardieren den mit wasser auf der kann ja die die mauer kann ja nicht direkt zaubern und deswegen müssen wir eigentlich voll auf den drauf kommen ja und was ist jetzt die stolge keine magie schwächen oder doch mal die magie schwächen und magie schwächen und da würde jetzt auch rote drachen da bringen und alles also alles mögliche an gegner aber du musst zu sehen um sie auch die mauer kaputt ist umso mehr so weniger gegner brauchen kaputt machen richtig so sieht das nicht mehr aus ach das mensch du mit der kann nicht kämpfen der 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 erfahrer schafft gegner zum kämpfen das gemacht okay kippel du heilst mich zuerst mal sehe ich das richtig ja richtig alles klar gut dann und es geht los okay also erstmal den typen die mauer schwächen wie geht am anfang gleich und dann drauf richtig alle traurig okay los darf ich auch zaubern ja jetzt okay ich mache es mit wasser ja gestalten landler ja ja der kann sich in alles verwandeln sollte auch so drachen zum beispiel okay fuck da bringt er jetzt ganz viele solche fischer okay das ist natürlich deswegen rauf auf die mauer rauf auf die mauer und dann immer stehen aber warum gehen wir nicht einfach durch die mauer durch man dies kann offen ja dann auch dahinter das lachen dahinter muss man auch wenn dann auch hin deswegen rauf auf was geht okay und die specials die damit machen wir dann die gegner dort weißt du wie ich mein mit unseren specials ja versuchen muss man ich weiß jetzt gar nicht wie viel ich dem abgezogen habe egal aber immer drauf was irgendwas mit 200 zu sehen und er hat uns gefeuert ja der hat magie sache deswegen bitte magie schwächen bei der wand hat er hat ja kommt was abgezogen es wird ja noch krasse weil sie außerdem auch magie geschwächt hat da noch krassere zauber irgendwann kurz bevor todes macht noch mal ganz bösen wenn ich jetzt hier bitte mal was machen könnte halt auch die mauer vielleicht angreifen wäre gut ich bin doch im angriff bin ich sehr schwach deswegen will ich eigentlich mehr zaubern na gut dann wird dann noch das so unter unabhängen winkel immer halten ja also also nie unter 300 so komme ich jetzt endlich bitte mal ins menü danke also also ich würde auch nie unter 300 gehen weil ich glaube zehn der letzte zauber der haut noch mal spiel dann müssen wir jetzt schon mal anfangen zu gucken oh ja wirst du dann musst du heilen jetzt übernimmst jetzt mal heilen ja okay du bist jetzt aber ich habe zwar keine heilzauber ich kann mit schokolade um ich weiß wie blöd so wenn ich jetzt mal das verdammte kacken nü kommen halt das kotzt mich schon lange aha jetzt war ich es auch wieder zu so passen wir auch verfolgen der maßen machen wir das kippel du hast ja sowieso mehr abwehr deswegen gehen wir haben das ist ja bei einer braucht du darfst auf jeden fall sterben zum ja ich weiß jetzt ja es war wirklich blöder mit schokolade um mich herum ja du kriegst jetzt auch eine schokolade und dann kriegst du noch einen bonbon und mary das special aufheben ruhig bis dann wieder gegner aus ja das habe ich schon gedacht ansonsten normal drauf wollen ja so jetzt möchte ich noch ein bisschen blitzen ja weil ich glaube das macht auch noch ein bisschen was status von dem unter wenn ich die verschiedenen zauber benutzen muss vorher will ich ja du musst gucken wieviel es abzieht 200 angriffskraft hat das war 8 mal hier und wo das gut magier und das hat irgendwas runter gemacht aber ich weiß halt nicht was feuer macht jetzt werde ok 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 machst du auch mal einmal special jetzt kommen gegen gegner macht special mit mary hause einmal raus angriffskraft runter macht das feuer habe ich glaube du solltest sie noch mal die schwächen ok post und ich höre bis gleich dann mache ich mal groß ja bin noch gerade dabei ich komme nicht ins menü ich habe mir immer noch ein jahr hat mich gehämmert viel bist du behämmert krasse buch stellen jetzt habe ich auch mal zu damit ich ein special aufladen kann vielleicht 500 mit ziemlich verarschen und guck mal wie ich mich im kreis drehen kann ich verwende mich grad ins halo moon macht der ninja nebel raub auf die fucking mauer jetzt passiert irgendwas ja die wird gleich böse die böse news tür das war die erste strategie wir haben ja wir haben glück gehabt das stimmt er hat sich wahrscheinlich gedacht naja kommen die haben jetzt hier so lange nicht speichern können sieg und sieg es sieg soweit halt ich will ja mich ja umgucken nimmst du mal so ein schwert und so ein deckel mit so ein talon ich will save ich auch und stopp mal warum ist es hier so nicht schon wieder ein fucking boot warte mal ganz kurz jetzt zurück ja ich will zu der kiste mal laufen weil ich glaube das ist jetzt auch offen okay wir kommen hier nicht durch ja stimmt ach das war vielleicht einfach nur eine abgrenzung ach ja für etwas anders kann es einfach nur mal so was spaß müssen wir jetzt noch überleben ich glaube danach kommt speichern ich glaube wir haben es so gut ich habe ja ich langsam verdammt nötig ja ich gucke ich habe gerade einen teilfehler an bericht nach der rechten seite da war ein wasser symbol zu sehen ja man ja man will dann deine eier und dicke 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 okay lassen wir auf die blöde vampire ja wenn du hier nicht hörst und endlich stirbst dann bringe ich dich um musst du spiele wenn du nicht stirbst muss ich dich leider umbringen so sieht das in mir aus am feuer muss eigentlich sofort als vampire der eiermann ja dann die manche ist erstmal mit sand eindecken wenn er nicht stirbt vorher auch der hälte in kumpan acht jahr nicht deswegen wollte ich ihn vielleicht töten aber das boom jungen und 1059 erfahrungspunkte ist das normal dass wir so viele erfahrungspunkte bekommen ich habe jetzt die letzten zeit nicht drauf geguckt ja ja normal ja kriegen wir ganz zeit schon krassen wurschtel crazy wurs ja schon wieder so ein scheiß ja viel sind es ist noch mal spüren ich will jetzt zum glück ist es nicht wie bei final fantasy 2 ja dass man mehr levelt wenn man selber schaden bekommt in so quatsch also quatsch nicht aber es wird euch krass jetzt hier in dem spiel so dass sich halt totboxen lassen damit ein bisschen hp dazu bekommst blutiger tanz blutiger tanz blutiger seines mutter wird gedanzt für den ziel ist da sie ist der vampire queen alt und hässlich alt und hässlich so kündigte barriere platzen danke der macht dich alt weil ich die ganze zeit auf ihn heute ist das ja wohl geheilt dieser kippe machst du mit was der gerade schnitt noch mal geholt ne noch nicht ganz ich habe das rum jetzt gefunden das macht ihr nebenbei die ganze zeit einfach nur auf a oder hat er nicht hat so einen komischen turbo button nein sondern sondern so eine figur die im hohen runter wird ich habe gehört das ist nicht gut abwehr schwächen geist geister schwund geister schwund und du hast mal richtig was ich werde jetzt ja bewässern damit gehen die angriffskraft runter dann kann uns auch nicht mehr so dollen boxen weiter gefragt und jetzt gehe ich erst mal aus dem weg was soll ich immer noch heilen übernehmen das ist ja wenn du was siehst ja ich sehe was wenn du was siehst ja der kubi ist nämlich schon fast down ey aber du darfst das ja auch weil du bist ja hier in so tank ich mache ich mache das bäschel hier und warte mal ist das bei euch auch abgehackt und ja und das ist das ist weil wir sind abgehackt das sagt aber um weil das zu viele teils in einer reise denke ich mal das ist ganz große kunst deswegen flackern die ja auch kunst kunst kommt von können also ja weil man können mit um schreibt mit kühle endlich oder kunst halt mit ohr kunst die kunst kornst du kannst du mal kannst du mal was er angewandt morgen so jetzt kommt aber mal immer stimmt jetzt ja nicht doch wir kommen wieder raus ne ich glaube wir können jetzt glaube ich da hoch was man freundet könnten ja weil der feuer war ein feuer glaube ich okay was hier los platz hier gleich schon wieder ich werde ich fucking aus dem speichern fucking aus so scheiße dass er wieder so ein fixer der ja 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 ich mache den ja flüssig bitte ich mache den daumen mit feuer ich habe nämlich auch die noch nie vorher gewendet dass ich das wissen wie es hier aussieht mit feuer um ja also daumen ja genau ist oft erst vollfeuerung finde ich das ist wie metal man ja da hat zum glück noch keinen schaden weil er so dieses habe ich mir gedacht da komme ich ja also ich habe genug energie ja wir haben genug ja etwas sind ja voll geschwächt ja gott sei dank ich habe ihn auch einmal letztes mal geschwächt und dann hat er also hat man das nicht gemacht da wäre man echt mega klar so die man die löser bekommen ja toll mit super stark oder wissen mit einem level ab jetzt ist er kaputt und wenn es geht uns noch mal ich habe ihm eine rein ich habe ihn auf die eiermann ergeblich wenn wir fertig sind kannst du uns mal alle heilung verschaffen verschafft uns eine heilung bitte bitte schneller ich mache es doch schön meine psp oh mein gott nein ich bin nicht mehr psp controller nicht mehr das heißt das upgrade auch halten ja ich habe ein upgrade erhalten auf playstation 3 konform schon wieder ist als gleichsam oder wie wir haben mich fast mit kaffee bekleckert so was jetzt ich habe mir jetzt endlich mal oh mein gott wie wir sind wir in minuten der man eigentlich gerade auf wir sind jetzt in der minute 32 aber im zweiten part also part 2 ungefähr zwölf minuten jetzt ja dann machen wir jetzt mal ende und film als rom wechseln war change der rom ich weiß nicht ich glaube ich würde sagen wir probieren zu kinder neuer um weil der komponier nicht mehr rein weil der master server dauerung ist ja das ist das schon wieder da und geht aber auch noch immer noch so gläte wir gehen sie hoch passt nämlich mal auf was jetzt hier geiles passiert ja hier sind mich in oge ich guck mal da die statue des todes dann machen wir direkt hier mal weiter ich kümmere mich die eiermann der heilt ja die anderen leute dass ich sie habe nicht mehr schaden genommen da hält ja die leute schon du 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 ein eingelegter eiermann vorbei 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 gucke ich mich richtig gerne kümmer ja das machst du gut weil ich gebe schon erstmal ein drop down gegeben ich war schon wieder das gibt so nicht krass wir sind voll stark geworden durch den boss nein 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 okay ich hab nix gesagt ich hab nix gesagt ich bin der boss ok leute das ist ein boss den wir jetzt hier voll in die mürra rützen zum glück konnten ja noch was ist das ein tzatziki stinker so heißt jetzt offiziell der tzatziki stinker ich hasse vögel 0 0 0 abgezogen jetzt mein war das mit zauber oder zauber hat den 0 abgezogen ja ja was mit was an so drauf passen wir auf wie ich das mache mache er zauber ich dachte eigentlich er zauber sind total sind fliegende gegner und ich schmeiße ich mit erde ich mache dich wie fährt das jetzt abgezogen hat dass wir und gesehen eine menge wie wir ziehen das jetzt ab dein zauber und ich habe es nicht gesehen das 400 ja ich gute idee das ist ungeträgte pokémon psychologie ja genau das ist ein bisschen nur luft das heißt du musst jetzt crazy abzaubern das das heißt meri musste noch mal crazy schwächen ja genau zauber schwäche geist zweimal geist schon bringt ja ich mache ich ein tempo ja genau das ist und jetzt gut angreifen jetzt kann man kann ja schnell klick 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 bleibt vielleicht auch länger unten das neken tempo das ist dann das schlangen tempo ja es geht aber da unten ist geht sie das werden sie aus kann natürlich auch eine seite ganz gerne ist ganz tempo ja wobei es ist ja auch ein sie vielleicht ist ein skimehl der pick geht oder ab hier seine feuchten träume werden wieder bauen hier kippe ich heil dich gleich und weil er selber heil mich mal die heil dich weil ich heil mich selber scheinbar macht ihn lieber macht ihn über tut mir deinem zauber ja ich muss mir gleich meine muskeln demonstrieren mal deine transgender muskeln was jetzt hier los was okay ich brauche ein bisschen wind wo es ja richtig was gebraucht ist ein kleines gegnerchen hast du uns berührt mit deinem komischen kleinen zauber den komischen kleinen zipfel gucci gucci kleinig vögelchen komm mal hier ja du bist immer gut zu vögeln naja man ist ein lupel aus schalter immer für einen witz verraten auf immer noch mal weiß weil der blitzkräuter weil ich ein mega dem schmacher gerät jetzt ja alleine wird ab wo für 15 jetzt brauche ich richtig haben die blockt hier die hat den block zauber und du die mal entlocken ich nehme gleich mal ein paar mehr nüsse ja zumal entlocken marie die hat mir zu ja ich würde mit euch dann kommen wir einfach nur auf die andere seite und dann sagt dann guck mal ich glaube wir haben wohl wieder irgendwelche clowns ich glaube die ganze brückstürze erinnern spoiler doch nicht immer ich glaube ich weiß also ich glaube es kann auf einen wenn sie gewesen sein ich brauche ein bisschen heilung so dass jetzt treffer wurde auf treffer quote darauf weiß dass die quote herunter ja macht die treffer quote wieder runter salagon verdient nicht nur die zeit die kommen was man sich jetzt mal anderen zauber ja und gucken ob der weniger oder mehr abzieht rufkupen und 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 von der Feuer schmeißen er geht der für kaputt ich bin gespannt was er es gibt nichts aber mal die aktivität ist unter ja gut aber machen wir wieder das andere ich glaube ich könnte jetzt sterben ja ich kann bei uns alle aufladen ja weil ich nicht weiß wie viel schade ich kriege jetzt dass man was man muss ja immer aufpassen weil leute die sterben und dann noch ein hp haben sie sind in wirklichkeit schon tot sind ein game du hast du jetzt selber bezaubert ja ich habe selber bezaubert gedudelt erst mal eine runde aufladen da jetzt mit super special move noch kommt du bist schon voll einfach wieder erzauber ich habe die ultimative powermann ich habe schon 800 ist ein wenig mich erinnert und jetzt ist jemand aus dem an deinem ausgeflogen das können wir gleich wieder machen an deine mutter vielleicht ruft ja meri von allein noch mal naja genau zum amerikan jetzt auf jeden fall schon wieder ja ja ich war vorschlagen wir gehen jetzt wieder zurück speichern ja das ist die idee aber ich glaube doch 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 sicher denn es ist sauerst selbst 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 ist nicht mehr da und nur man ja nicht mag man es ja auch nicht doch doch mary mary nee das verbindet noch das verbindet noch wenn ich du bist dran zug sucht das raus nimm jetzt noch im glück kommt glück ist geil ich kann nichts mehr anders nehmen du hält doch geist und glück ne ich nehme nur geist und glücke bringt sie bringt ja gar nicht so gar nicht und gott und nein oder immer intelligenz ich kann nichts machen kannst du was machen ja dann bewegt du macht machen immer einfach ist vollkommen egal ist es mary mary ist ja intelligence größt glück ziemlich intelligenz so kommen wir können gar nicht hier weil ich will zurück speichern gehen also speichern gehen wo worden das kann noch mal links alles klar außerdem aber eben portend oder genau jetzt nämlich fertig also heute wir sehen uns dann wieder im nächsten grad wenn es wieder heißt letztendlich sie wird man hat zwei der tübersetzung von den fans macht's gut bis dahin und schausen mary ist wieder da zum tschüss zu sagen das ist ja trotz dass ich für diesen papst sagen wir wiedersehen und danke schön also macht's gut bis dahin und schausen